Ja, ihr wisst ja, ich muss mich da immer für ein Bildchen entscheiden. Die nächste Programmvorschau am Start. Gibt aber natürlich viel, 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 viel mehr. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK Bitshoot Rumble Odyssee. Die sich den Trailer bei WGUS TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren ab in die Browserzeile. Und dann sehen wir uns doch und hören wir uns doch um nicht gleich wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.